In einem schönen Tal gibt es keine Leute, keine Häuser und keine Kühe. Sondern gibt es Dachend und ein Höhne. Dies hat ein Höhne geben Milch. Aus der machten wir der leckeste Joghurt, der Karmentin heißt. Dieser Joghurt schmeckt mir. Hallo, was für Joghurt isst du? Ich esse Karmentin. Hast du schon gewusst, dass er nicht viele Kalorien hat? Wirklich? Aber er ist so krimig und lecker. Ja, und er hat keinen Zucker auch. Keinen Zucker? Wie kann das sein? Die Milch von Einhorner ist von Natur-Suss. Cool, ich werde da nichts nehmen. Genau, du wirst doch abnehmen. Das ist toll. Karmentin ist lecker und gesund. Kauf jetzt, Karmentin. Er kostet nur 3 Euro für deine Packung. Karmentin ist lecker und gesund.